Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Ankriegung. Es ist endlich soweit. Morgen Abend geht's los mit unserem Project Zomboid Community-Projekt. Und ich hab's ja bereits gesagt, dass ich den Start ganz gerne streamen möchte. Und demzufolge gibt's dieses Wochenende die geballte Ladung Project Zomboid zu sehen. Und zwar einmal morgen ab 20 Uhr bzw. am Sonntag ab 20 Uhr. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es uns so ergehen wird. Und in der zombie-verseuchten Welt, denn das wird definitiv kein leichtes Unterfangen. Aber gemeinsam kriegen wir das auf alle Fälle hin. Und falls ihr noch mitspielen wollt, schaut auf alle Fälle auf den Discord vorbei. Da gibt's die ganzen Infos und alles Wissenswerte dazu. Und ja, mehr bleibt mir an der Stelle. Nicht zu sagen, außer kommt gut rein ins Wochenende. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen Abend um 20 Uhr auf Twitch. Macht's gut bis dahin. Servus.